hallo ich bin hier im Tower Hotel Gift Shop im Disneyland Paris und zwar der Walt Disney Studios Park und ich wollte euch mal einen Teil zeigen hier könnt ihr auch schon hören genau das klingelt überall das ist nämlich eine Hotel Glocke die wollte ich euch mal eben einmal zeigen hier das mal auf so das ist das schöne Teil hier kennt ihr aus dem Hotel natürlich könnt ihr vielleicht auch zu Hause gebrauchen so Hollywood Tower Hotel es ist jetzt hier gerade wieder etwas laut es kommen gerade wieder alle hier aus dem aus dem freien Fall heraus sind alle etwas voller Adrenalin deswegen ist es jetzt etwas lauter aber egal ich zeige euch trotzdem eben noch diese schöne Glocke die einen Preis hat von gute Frage da steht natürlich nichts dran nehme ich mir mal eine zweite dann gibt es noch einige 5,99 Euro also das könnt ihr euch auch leisten nicht mal 6 Euro nicht mal 6 Euro für diese coole Teil also das war es dann hier bietige Umstände hier im Tower Hotel Shop aber wir kriegen das schon alles in den Griff Tschüss dann bis zum nächsten Mal euer Disney Opa Lucy wir gros ja die 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 Bis zum nächsten Mal.